Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist richtig? Der Forensische Podcast. Mir gegenüber sitzt Steffen Lau, seines Zeichens Chefarzt einer forensischen stationären Klinik in Zürich und Rheinau. Und mir gegenüber sitzt Friederike Höfer, die stellvertretende Chefärztin im Ambulatorium unserer Klinik und betreut Straftäter, die nicht stationär untergebracht sind. Straftäter innen. Muss man nicht Straftäter innen sagen? Ja, ich möchte das gerne mit Glottis schlagen. Okay, gut. Steffen, welches Thema wollen wir heute besprechen? Wir wollten mal besprechen, was eigentlich ist, wenn so manches schief geht bei uns in der Behandlung, richtig? Also bei euch? Ja, also in Behandlung von Straftätern und ein Schiefgehen. In der stationären Behandlung? Ja, ein Schiefgehen findet im stationären Setting statt, wenn nämlich Menschen auf Flucht gehen. Auf Kurve? Auf Kurve. Deswegen heißt unsere heutige Folge, was ist eigentlich, wenn ein forensischer Patient entweicht? Oha, das ist ja eigentlich, also denke ich jedenfalls so der Worst Case jedes stationär-forensischen Chefarztes. Man sitzt so schön am Sonntagabend in der Oper und in der Pause stellt man fest, 17 Anrufe in Abwesenheit. Ja, das kann mal so sein. Und ich glaube, dass so mancher, der mit mir zu tun hat, auch manchmal erlebt hat, wie mir das Gesicht entgleist, wenn ich auf dem Nadel, dem Handy, die Nummer vom Hintergrunddienst in Rheinau sehe. Dann ist tatsächlich immer mal wieder die Idee, oha, es ist was passiert. Und tatsächlich ist zunächst die Idee, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass einer unserer Patienten wegläuft. Ich denke, noch schlimmer wäre die Vorstellung, dass er delinquiert hat. Schwer. Am schlimmsten ist es, wenn er wegläuft und dann delinquiert. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, und ich glaube, jetzt müssen wir einiges tun, um das Sicherheitsempfinden der Allgemeinbevölkerung nicht im Keim zu erschüttern. Ja, vielleicht muss man auch mal überhaupt über den Ablauf und die Struktur von solchen stationären Behandlungen sprechen. Also die Gerichte, die einweisen, entscheiden ja zunächst, in welchem Rahmen das stattfinden soll. Und zwar gibt es in der Schweiz den Entscheid gesichert oder weniger gesichert. Gesichert meint geschlossen, Tür zu, Gitter vor den Fenstern, also modern gesprochen ausbruchsichere Unterbringung. Oder aufgrund von juristischen Abwägungen kann auch das Gericht sagen, das muss nicht so drastisch gesichert sein, die Unterbringung. Indem man in Abhängigkeit vom Delikt, was begangen worden ist und auch was zu erwarten wäre, vielleicht auch so ein Weglaufen als nicht so problematisch sehen würde. Also man könnte sagen, es gibt ein gefährlichkeitsadaptiertes Haftszenario oder Behandlungsszenario. Vollzugsszenario, genau. Also ein Beispiel, wenn jemand wegen wiederholten Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in eine Suchthilfeeinrichtung gebracht wird, dann würde man befürchten, dass er vielleicht, wenn er wegläuft, wieder Drogen kauft und konsumiert. Das wäre von den Juristen als nicht so gravierendes Risiko eingeschätzt, sodass man vielleicht auch eine offene Unterbringung in einer Institution zur Behandlung von Abhängigkeitsstörungen anordnet. Etwas anderes ist, wenn jemand ein schwerwiegendes Delikt gemacht hat und auch konstatiert wurde, dass derjenige, wenn bestimmte Faktoren zusammenkommen, wieder gefährlich werden kann. Und wenn der auf freien Fuß gerät, möchte man doch dafür sorgen, dass das so kurz wie möglich erfolgt oder gar nicht erst eintritt. Aber das Interessante ist, was viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht wissen, untergebracht haben das Recht auf Lockerungen. Und sie müssen ja auch das Recht auf Lockerungen haben, denn... Warum? Ja, also erstens sind sie nicht verwahrt. Das heißt, hier sind nicht in erster Linie Sicherheitserwägungen in den Vordergrund getreten, sondern Behandlungserwägungen. Und behandeln bedeutet, dass man versucht, Verhaltensweisen, Einstellungen und solche Dinge zu verändern. Und diese Veränderung muss man dann auch überprüfen. Aber Friederike, sogar der Verwahrte hat irgendwann Recht auf Lockerungen. Ja, aber trotzdem ist dort die höchste Erwägung eine sichernde Erwägung und im Maßnahmevollzug ist die höchste Erwägung eine Behandlungserwägung. Ich will das kurz erklären, weil manche ja nicht so ganz drin sind in der Materie, auch der Verwahrte. Die Verwahrung wird ja auch erst mal mit der Option auf Beendigung verhängt. Ich rede nicht über die lebenslange Verwahrung, die in der Schweiz möglich ist, sondern die normale Verwahrung. Die wird ja überprüft, ob sie noch notwendig ist. Und es können Faktoren auftreten, die die Beteiligten dazu führen, zu sagen, sie ist nicht mehr nötig. Und dann muss vorbereitet werden die Entlassung aus der Verwahrung, die ja in Strafvollzugseinrichtungen vollzogen wird meistens. Und dann muss man Lockerungen genehmigen, um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, wie auch immer, hinzukriegen, weil das geht nicht. Und es wäre viel schlimmer, jemanden von jetzt auf gleich einfach vor die Tür zu stellen. Also ich sage nochmal, dass wir uns hier so im Spannungsfeld zwischen Lebensversickerungsanstalt, Lebenszeitversickerungsanstalt und so einer blauäugigen Dummheit bewegen, jeden mit allen Freiheitsgraden sofort auszustatten. Genau, so ist das. Und ich nehme an, deswegen gibt es dazu gewisse Operationalisierungen. Ja, die gibt es gar nicht so sehr. Das ist interessant, wie dieser Prozess gestaltet werden soll, wie man zur Entscheidung kommt, darf jemand raus, darf jemand nicht raus. Das ist noch gar nicht so Konsens, wie man das macht. Trotzdem ganz kurz vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, damit sie sich das vorstellen können. Also ein Patient oder eine Patientin wird bei euch eingeliefert. Meistens eben, das haben wir schon mal erzählt, über den Hochsicherheitstrakt, da ist dann wirklich Stahltür zu, Einschluss über Nacht und so weiter. Ich glaube, von da zu fliehen, das würde ich schon fast belohnen wollen. Nachhinein, wenn das gut verläuft, auf dieser Hochsicherheit mit der Behandlung werden die Patientinnen und Patienten aber relativ schnell in geschlossene Stationen verlegt, die eben keine hochsichernden baulichen Strukturen aufweisen. Genau, weil sie vor allem dann eine kontinuierliche Behandlung benötigen und nicht mehr so eine hohe Sicherheit. Da reicht manchmal sozusagen eine verschlossene Tür, die sie nicht ohne weiteres überwinden können. Und von dort werden sie zum Beispiel dann auf dem Gelände zur Arbeitstherapie oder zum Sport oder sonst was begleitet. Genau. Und an so einem Moment könnte zum Beispiel eine Flucht stattfinden. Ja, also bildlich gesprochen, wir öffnen die Tür des Vollzuges ein bisschen und diese Öffnung ist mit dem Risiko verknüpft, dass es schief geht. Und deswegen ist spannend, dass der Teil der Klinik für forensische Psychiatrie, den ich leite, der wird immer assoziiert mit diesem Teil, der so hoch gesichert ist. Da entsteht kaum Gefährlichkeit für Menschen nach außen, sondern vor allem für andere Patienten und die Mitarbeiter da drin kann es manchmal gefährlich werden, ist auch selten. Aber die heiklen Entscheidungen, die die Gesellschaft betreffen könnten, werden eigentlich in dem Teil vollzogen, der größer ist und wo wir anfangen, mit unseren Patienten die Kontakte und Berührungspunkte mit der Außenwelt wieder zu gestalten. Und das kann ja unter Umständen mal falsch eingeschätzt werden. Wie oft passiert das denn? Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage, weil es gar kein Maß gibt, woran man es messen soll. Also woran kann man es korrelieren sozusagen? Also ich würde mal versuchen, so Zahlen zusammenzustellen, wie viele Patienten habe ich in der Klinik, wie viele Lockerungsentscheide muss ich jeden Tag beantworten und wie viele von denen sind dann falsch positiv getroffen worden? Genau, gute Idee, wobei das dann nur sozusagen bezogen auf Behandlungsfälle die Rate von Lockerungsmissbräuchen, so nennt man das, eine Entweichung, eine Flucht. Also Flucht ist sozusagen Überwindung von baulichen Grenzen und die Entweichung ist die Entfernung aus einer genehmigten Lockerungsstufe begleitet oder unbegleitet, so nennen wir das. Und auch das kann man unterschiedlich und wir wissen, traue nur der Statistik, die du selber angefertigt hast. Hilft dir die Frage, dass wir 92 Behandlungsplätze haben und es zu Lockerungsmissbräuchen im Jahr kommt, die schwanken zwischen 0 bis 5? Ich würde sagen, das gibt mir auf jeden Fall mal so einen Anhalt, denn wenn ich das jetzt nur von medialer Seite her betrachten würde, wo dann steht, schon wieder ausgebüxt, ist die Rheinau ein Schweizer Käse? Ja, dann würde man subjektiv den Eindruck gewinnen, dass euch jede Woche jemand ausbüxt und das passiert ja sogar auch manchmal, dass es aus welchen Gründen auch immer zwei, drei Entweichungen oder Fluchten hintereinander gibt und dann aber mal wieder monatelang nicht. Es gibt das Ansteckungsphänomen, das stimmt. So ein bisschen Werte-Effekt-mäßig, genau. Und dann entsteht eben ein verzerrtes Bild. Insofern, glaube ich, finde ich wichtig zu erklären, dass das Thema Lockern ein Thema ist, mit dem jede forensische Klinik täglich befasst ist. Jede Vollzugseinrichtung. Das ist ihr tägliches Brot und da geht ganz viel nicht schief. Vielleicht, um das zu, wir sind ja immer auch, solche Dinge spielen medial ja auch eine Rolle und dann muss man mal Rechenschaft ablegen, das ist ja auch gut, denn jeder Lockerungsmissbrauch, der passiert, ist einer zu viel, das soll nicht passieren und deswegen, also es ist ja nicht so, dass wir das billigend in Kauf nehmen, sondern wir bemühen uns, die Behandlungsprozesse so auszurichten, dass das so selten wie möglich passiert, aber wir können das Risiko nicht auf null schrauben. Und wenn man das mal allein, es ist schwierig, es zu korrelieren, weil man eigentlich zählen müsste, wie viele Stunden in Begleitung oder unbegleitet unsere Patienten pro Jahr eigentlich draußen sich bewegen, im Gelände, außerhalb der Klinik, in der Familie und so weiter. Und das ist ungeheuer aufwendig, das sozusagen für jeden Einzelnen zu bestimmen, dann fürs Jahr hochzurechnen, auch zu berücksichtigen hat er im Jahr zunächst unbegleitete Ausgänge gehabt, dann später unbegleitete, hat er erst eine halbe Stunde, dann eine Stunde. Das ist ja ungeheuer aufwendig und deswegen haben wir einfach mal, selbst wenn man nur so ein ganz grobes Raster anlegt, Entweichungen pro genehmigter Lockerungen, dann kommt man auf Lockerungsmissbrauch in einer Rate von im Promille-Bereich. Also wir vollziehen ungefähr, oder wir hatten 6000 Ereignisse von begleiteten Lockerungen, die genehmigt waren und 6000 unbegleiteten Lockerungen im Jahr bei knapp 100 Patienten und davon geht es in fünf Fällen pro Jahr höchstens schief. Das zeigt sich, dass sozusagen eigentlich das Risiko relativ gering ist und wenn man sich dann, also das klingt jetzt auch, vielleicht sagt manche Hörerinnen, mancher Hörer sagt, das ist ja immer noch zu viel. Ein Risiko, was nicht gegen Null geht, ist zu viel, genau. Genau, dann muss man fragen, wie willst du das verhindern, wenn du nicht diesen Schritt machst mit der Öffnung des Vollzuges. Aber das Interessante ist, die, ich will hier jetzt gar nicht weibeln für, das ist alles nicht so schlimm, sondern es ist wichtig, sich realistisch und nüchtern anzugucken, was dann eigentlich los ist. Und das Wichtige ist, bei allen den Entweichungen, die wir erlebt haben, sind keine Straftaten gravierenderer Natur passiert. Jetzt klingt es so, was, sind den Straftaten geringer? Ja, was ich meine ist, es sind Drogen konsumiert worden, es sind manchmal Verkehrsdelikte begangen worden, es ist Beförderungserschleichung begangen worden. Und das ist, wenn die dann einen Zug ohne Ticket nehmen. Genau, genau. Oder es kommt dazu, dass sie auffällig werden und vielleicht dann einen Hausfriedensbruch begehen. Aber die meisten dieser Entweichungen sind innerhalb weniger Stunden beendet und sind beendet häufig durch den Impuls des Betroffenen, selber zurückzukehren. Das finde ich eben eine sehr interessante Wendung immer, dass man eigentlich noch dabei ist, den Papierkram abzuwickeln, alle nötigen, involvierten Behörden zu informieren und dann klopft. Genau. Und dann sagt die Person sowas zwischen, ich konnte nicht anrufen, das Handy hatte keinen Akku mehr und der Zug fiel aus, ich bin aber wieder da oder sagt, ich wusste gar nicht, wo ich heute Nacht übernachten sollte, gibt es noch was Warmes zu essen? Und weißt du, was viele auch machen? Sie wenden sich dann an die Polizei. Ja, du, also ich würde auch eher den Transfer zurückbuchen. Ach so, du meinst, dass denen bewusst ist, dass dann sozusagen die Rückführung gesichert ist. Ich habe bei einigen unserer Patienten, bei denen das gewesen ist, eh hast du den Eindruck, also wir können ja auch nochmal so ein Beispiel anschauen, was da so exemplarisch passiert. Ich habe das Gefühl, dass sie dann auch merken, dass, ja, die Polizei ist, die Institution, die regelt das. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, wendet man sich an jemanden, der es widerrichtet. Und dann, ja, und die sind auch durchgehend offen, die Polizei, da weiß man, ist es. Und dann geht man hin und sagt, ihr sucht mich. Und dann gucken die in ihre Register und, genau. Ach so, sie sind Herr oder Frau. Okay, dann kommen sie mal her. Und dann werden sie wieder zurückgebracht. Und dann kann man gleich noch darüber reden, dann passieren häufig Dinge, über die kann man nachdenken, ob sie notwendig sind. Dann reagiert der Apparat sehr drastisch, weil, dass es passiert, ist nicht witzig. Allerdings muss man auch sagen, Flucht, Entweichung ist ja kein Straftatbestand. Das ist, finde ich, auch wichtig zu sagen. Trotzdem finde ich auch nachvollziehbar, dass dann die Behörden erst mal drastisch reagieren. Denn die tragen ja am Ende auch das Risiko erneuter Delikte im Entweichungs- oder Fluchtmodus mit. Trotzdem hat man manchmal den Eindruck, dass dann ganz viele Lockerungen, die vorher gut funktioniert haben, zurückgenommen werden. Und dann auch so etwas wie etwas Bestrafendes da reinkommt. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das Wichtigste an einem Lockerungsmissbrauch ein gutes Verständnis der Gründe dafür ist. Genau. Um sie auch für die Zukunft anders zu nutzen, um vielleicht zu erkennen, dass hier ein Lockerungsmissbrauchsrisiko besteht. Tatsächlich ist es so, dass das eine echte Gefahr darstellt, dass der im Einzelfall vollzogene Missbrauch der Lockerung, die Flucht, dazu führt, dass die anderen Untergebrachten auch darunter leiden. Nämlich, dass irgendwie ich als Chef oder die Aufsichtsbehörde sagt, so, wir wissen nicht, was los ist, warum passiert das? Wir verordnen jetzt mal allen Tür zu. Das heißt, auch die, bei denen es eigentlich immer gut gelaufen ist, sind Leidtragende dieses Entscheidens. Es bringt auch atmosphärisch auf den Stationen, wo die Patienten dann untergebracht werden, manchmal Schwierigkeiten mit sich, weil die anderen Untergebrachten vorwürflich werden und sagen, pass mal auf, wir halten uns an die Regeln, du nicht. Und jetzt sitzen wir hier und der Lau entscheidet jetzt bestimmt, dass wir über das Wochenende nicht mehr zur Cafeteria gehen können. Na, vielen Dank. Da muss man auch dann als Personal unter Umständen dafür sorgen, dass das nicht zu Übergriffen führt. Beleidigungen, Bedrohungen, auch Tödlichkeiten kommen da vor. Also was du jetzt beschreibst, ist ja ein Phänomen, was sich nicht nur in der einzelnen Institution abzeichnet, sondern auch zum Beispiel in einem ganzen Strafkonkordat, wo durch das Delikt eines gelockerten Straftäters dann auf einmal durchgesetzt wird, dass alle Menschen, die diese Delikte begangen haben, keine entsprechende Lockerung mehr bekommen. Und deswegen keinen Vollzugsprogress machen können. Und das ist ja fast sowas wie Sippenhaft eigentlich. Da wird ein Einzelfall extrapoliert auf die Gruppe und es wird so eine Zuordnung zugenommen, die einfach falsch ist. Also diese individuelle Fallanalyse geht verloren. Ja, aber natürlich, das kann man auch verstehen, weil natürlich so ein Zwischenfall ist so ein Warnsignal. Und es ist richtig, dass die Aufsichtsbehörden erst mal gucken, ist das wirklich nur ein Problem des Einzelfalls? Oder stinkt der Apparat zum Himmel und es gibt Praxis, die man nicht gutheißen kann, indem man nämlich dann hinterher feststellt, der Entscheid ist nicht gut vorbereitet gewesen. Ja, oder ups, die Tür wurde nicht abgeschlossen. Ja, oder es gibt ein technisches bauliches Sicherheitsproblem oder es gibt, vor einigen Jahren ist ja mal diese spektakuläre Flucht aus dem einen Gefängnis in Zürich gewesen mit der Gefangenenbefreiung durch eine Mitarbeiterin, die sich verliebt hatte in einen Häftling, die ihm dann nachts die Tür geöffnet hat. Das würde ich jetzt auch eher als Einzelfall. Ja, aber natürlich ist es so, das führt natürlich dazu, dass man jetzt als übergeordnete Strukturbehörde sagen würde, so, dann muss ich jetzt erstmal Sorge tragen, dass es diese Verliebtheiten nicht gibt. Ja, genau. So? Man stellt... Gegen Amore in Haftanstalten. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Natürlich kann man nachvollziehen, dass das Nachdenklichkeit bewirkt und die Tendenz zur Überprüfung stimmt der Laden. Andersrum kann man sogar sagen, dass eine Entweichung ein Qualitätsstandard-Überprüfungsritual sein kann. Was natürlich auch sehr anfällig ist. Wer gar nicht lockert, hat keine Lockerungsmissbräuche. Also insofern kann man auch fast sagen, wer Lockerungszahlen um Null hat, dem sollte man andere Fragen stellen. Aber jetzt sag doch trotzdem nochmal, was sind denn Entweichungs- und Fluchtgründe? Der wichtigste Grund ist akute Pathologie. Also wenn die... Wir haben ja psychotisch kranke Menschen bei uns untergebracht. Wenn die Erkrankung akuter wird und die so impulsiver, so spontan entscheidungsfreudiger werden oder auch unzufriedener werden. Das Misstrauen wird größer, die Paranoia wird größer, sich unwohl fühlen. Das ist ganz wichtig. Und der zweite nachweislich wichtige Faktor ist, das wirst du natürlich wissen, das ist der Suchtdruck. Also Patienten, die lange Zeit Abhängigkeitsprobleme gehabt haben, die lange Zeit bei uns abstinent gelebt haben, die vielleicht wieder gesünder werden, aber irgendwie merken so nach langer Zeit, es gibt dann doch wieder das berühmte Craving oder zumindest das Interesse an Substanzkonsum. Ja, und dann schauen die abends auf der Wohngruppe den Film Kids oder jemand bringt die einschlägige Rap-Musik mit, die immer gehört wurde beim Konsum oder sowas und es entstehen Trigger. Das sind so die beiden wichtigsten Faktoren, die man auch gut erkennen kann. Andere Faktoren sind gar nicht so gut zu erkennen. Also es gibt wie bei allem auch so allgemeine Risikofaktoren. Jüngere Männer machen das öfter als ältere Frauen. Die jungen Männer. Immer die jungen Männer, die sind immer das Problem im Vollzug, weil sie eben aufgrund ihrer biografischen Entwicklung, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, vielerlei Faktoren auf sich vereinen, die insgesamt kriminelle Risiken. Und dazu gehören eben auch Regelverstöße in Institutionen, die das Risiko dafür erhöhen. Die Erkrankung habe ich schon gesagt, den Suchtdruck habe ich gesagt. Und dann gibt es so ein paar Faktoren, die sich in der Rückschau als relevant erweisen, nämlich zum Beispiel Klagen über Behandlung. Also das muss gar nicht eine direkte Beschwerde an den Chef oder den Direktor der Einrichtung sein, sondern in der Rückschau sieht man, dass die vielleicht im Einzelgespräch gesagt haben, muss das denn sein mit der Medikation? Oder ach, sie verweigern mir doch das Telefonat mit meiner Mutter. Oder dass sie so Anlässe haben, Unzufriedenheit zu äußern über den Verlauf der Behandlung. Das andere ist wichtig zu berücksichtigen, wenn sich plötzlich Dinge ändern, Lebensumstände, Perspektiven ändern. Der Entscheid, dass die Maßnahme verlängert wird. Der Gerichtsentscheid, der doch dazu führt, dass man die Kinder nun doch nicht sieht. Der Entscheid, dass die IV erstmal die Rente einstellt. Die Nachricht vom Tod des Großvaters. Also Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können, wo wir aber verstehen müssen, dass das Belastungsfaktoren sind, die das eigentlich austarierte System instabil werden lassen. Und eben das, was uns so wichtig ist, nämlich die Bindung unserer Patienten an die Behandlungsteams, was ja der wichtigste protektive Faktor ist, brüchig werden lassen. Und manchmal erzählen unsere Patienten das ja auch nicht. Sie erfahren in einem Telefonat irgendetwas. Wir überwachen ja nicht, sondern unsere Patienten haben das Recht zu telefonieren. Es gibt Telefonzellen auf der Station oder Stationstelefone. Manche Dinge erfahren wir nicht und wissen es erst im Nachhinein. Und das ist eben der Grund, warum wir immer daran arbeiten, unsere Patienten offen und transparent zu erleben. Zu ermuntern, zu sein auch. Genau. Damit wir, dass sie Vertrauen haben, solche Dinge auch frühzeitig zu benennen. Und viele der Patienten wissen das auch, dass das Gefährdungssituationen sind. Was ist denn mit so einer allgemeinen Vollzugsmüdigkeit? Das ist interessant, dass du das sagst. Es gibt zwei wichtige Punkte. Entweder passieren Lockerungsmissbräuche sehr früh im Verlauf oder sehr spät. Wo man dann denkt, Mensch, jetzt vermasselst du es. Genau. 150 Lockerungen ohne Probleme und jetzt vermasselst du dir den weiteren Verlauf. Weil, und das ist der Mechanismus, wenn ein Lockerungsmissbrauch erfolgt, fragen sich alle, war der Patient transparent? Und hat er die Grundvoraussetzung für die geöffnete Behandlung tatsächlich, liegt die vor oder liegt die nicht vor? Was ist denn deine Erfahrung, wenn man das vor der jeweiligen Lockerung fragt? Also wie sieht es denn mit Fluchtgedanken aus, mit Entweichungsplänen? Extrem wichtig, so ähnlich wie mit den Suizidalen. Und diejenigen, bei denen es ein Problem und auch ein Problembewusstsein ist, da geht das. Es gibt aber leider eine Gruppe von Patienten, die sind eben diesbezüglich nicht offen. Wer hätte das gedacht? Und dann muss man sagen, im Nachhinein ist vielleicht auch diese fehlende Offenheit als Ausdruck einer gewissen antisozialen Prägung unterschätzt worden unsererseits. Und die manifestiert sich dann so. Und dann haben wir so Fälle, wo wir regelmäßig gefragt haben, thematisiert haben, wie ist das mit Ideen wegzulaufen? Und nein, überhaupt nicht. Und dann passieren so Dinge, obwohl alles gut gelaufen ist, sogar ins Gesicht sagen, ich gehe jetzt in einer begleiteten Ausführung und dann die Beine in die Hand nehmen und gehen. Und dann ist extrem wichtig, dass die Aufsichtsbehörden wissen, dass wir sofort reagieren. Da gibt es ja so eine ganze Kaskade, die dann in Gang gesetzt wird. Genau, also die Begleitung von unseren Patienten erfolgen ja nicht ohne Möglichkeit, Nachricht zu geben. Es wird sofort ein Telefonat abgesetzt. Es werden sofort die Polizei benachrichtigt. Die Polizei entscheidet dann, ob sie in welcher Art und Weise sie fahndet. Und wir haben manchmal das Glück, wir sind ein bisschen weit weg von allem. Und man muss dann wissen, wie man da wegkommt. Also man kann kurz darauf hinweisen, der Bus zum Beispiel hält einmal die Stunde. Da muss man schon zu einem geschickten Zeitpunkt entweichen, dass man den dann erwischt. Genau, und man muss vielleicht auch, und dann manche werden auch dann verhindert, so Entweichungen, weil die Patienten eben sehen, oh, das funktioniert ja nicht. Wenn ich jetzt hier weglaufe, der junge sportliche Pfleger, der hat mich wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten eingeholt, wenn ich jetzt in Ort laufe. Aber hier nochmal, wenn wir das so schildern, frage ich mich, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht denken, um Gottes Willen, ich laufe Gefahr, wenn ich nach Rheinau komme, auch einem Straftäter zu begegnen. Ja, das muss man so sagen. Was heißt, ich laufe Gefahr? Also ich könnte Menschen, die dort in einer Maßnahme sich befinden, begegnen. Gefahr, in meiner Denke das Risiko. Also bitte mal hier das Wording. Ja, vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Gefahr ist eigentlich ein nicht forensisch-psychiatrischer Begriff. Also es könnte geschehen, es könnte sich konstellieren, dass ich mit jemandem zu tun habe, der eine Straftat begann hat und ich gehe, das ist ja schön da, Zürcher Weinland, ich mache eine Radtour und fahre schön durch das Allee begrünte Gelände und da treffe ich eine Person, die ist ganz freundlich und das ist unter Umständen ein Straftäter, der auf einer unbegleiteten Lockerung sich im Klinikgelände bewegt. Und bedeutet das jetzt, wenn man Menschen antrifft, von denen man denkt, das könnte so einer sein, dass man dann was unternehmen soll? Natürlich nicht, weil die Tatsache, dass er sich da draußen bewegt, ist ja von uns gut vorbereitet. Das ist ja nicht, dass ich über die Station gehe und sage, Sie dürfen, Herr Müller und Herr Ammann, Sie bleiben auf der Station. Das passiert natürlich nicht. Sondern es gibt Lockerungskonferenzen. Und es gibt Lockerungsprozesse. Also bevor wir sowas machen, wird viel überlegt. Dürfen wir, dürfen wir nicht. Es wird noch jemand einbezogen. Es wird noch jemand angefragt. Es wird die Behörde einbezogen. Im Zweifel wird nochmal jemand anders gefragt. Im Zweifel holen wir uns einen externen Sachverstand. Also das heißt, dass jetzt nicht die nette, junge Stationspsychologin, die vielleicht in einer linkspolitischen Kommune lebt und das Gefühl hat, Mensch, dieser arme Patient von mir, der wird aber hier wirklich... Ein schweres Opfer repressiver Kriminalpsychiatrie. Den schicke ich doch jetzt mal zum Aldi nach Deutschland. Ja, damit der auch mal einen schönen Tag hat und dann unterschreibt die den rosa-roten Zettel und dann geht es los. Also so ist es nicht? Nein. Es gibt ein ganz strukturiertes System. Es weiß immer, jeder kann sich informieren, in welcher Lockerungsstufe ein Patient ist, was er darf, was er nicht darf. Das wird abgestimmt mit der Leitung der Abteilung, mit der Leitung des Zentrums, mit der einweisenden Behörde. Da gibt es Genehmigungsverfahren. Das wird nicht innerhalb von fünf Minuten beschrieben, sondern es wird gestuft in Abhängigkeit der Darlegung, dass es Sinn macht und das Risiko für einen Lockerungsmissbrauch gering ist. Das ist die Abwägung, die wir treffen müssen. Und dann muss man im Moment, wo man die Tür öffnet, sich immer nochmal ein Bild schaffen, ob das auch so stimmt. Und das ist dann die Aufgabe der Pflege, die die Tür öffnet, die auch so wissen muss, wo ist er heute? Hat Herr X einen schlechten Tag oder hat Herr Y einen guten Tag? Das ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, wobei man auch nochmal sagen muss, Obwohl jemand vielleicht bis fünf Minuten vorher noch gut funktioniert hat und unauffällig war, kann es plötzlich sein, dass er plötzlich eine Idee hat, ich nutze die Gelegenheit, die Tür ist auf und ich drängele die Kraft zur Seite und laufe weg. Gut, das kennt auch jeder, der bis gerade eben noch gedacht hat, ich halte den Gewichtsreduktionswunsch, den ich mir Weihnachten vorgenommen habe, ein. Und dann sich zehn Minuten später doch vorm Keksregal wiederfindet. Also, dass es so einschießende Handlungsimpulse gibt, das ist, glaube ich, auch normal psychologisch bekannt. Das darf man auch niemandem, denke ich, vorwerfen. Aber man muss sich eben als Institution und Personal so einer Institution dessen bewusst sein. Vielleicht nochmal ganz wichtig. Es gibt sehr gute Untersuchungen, dass die Gegend um Vollzugseinrichtungen nicht mit einem erhöhten Risiko von Opfer-Eigenschaft einhergeht. Das heißt, in der Umgebung von Vollzugseinrichtungen ist es relativ sicher. Das kann man sich auch vorstellen, weil die, die weglaufen, wollen ja schnell weg von der Einrichtung. Das war Flucht, Entweichung, Lockerungsmissbrauch. Okay. So, Friederike, bist du heute dran mit einem Tipp? Ich bin heute dran und ich weiß jetzt schon, du wirst mich bashen für meinen Tipp. Warum? Weil ich einen Film mitgebracht habe. Oh, ich ahne. Den ich unlängst gesehen habe und ich sage es gleich vorweg. Es ist keine cineastische oder intellektuelle Meisterleistung, aber es ist ein Feuerwerk an Musik und Kostümen. Das stimmt. Ich weiß, welchen Film du meinst. Es ist? Es ist das Tagebuch der Anne-Frage. Nein, ist es nicht. Es ist House of Gucci. Übrigens die Geschichte eines Verbrechens. Es ist die Geschichte eines Verbrechens. Deswegen finde ich es auch adäquat, den Film hier im Podcast trotzdem zu empfehlen. Und einerseits muss man sagen, Ridley Scotts Liebeserklärung an Milano, also wirklich tolle Drehorte, aber auch Lady Gaga in einer ganz, finde ich doch wunderbaren, schauspielerischen Leistung, eine manipulative, hassende und rache nehmende Frau, die unbedingt den gesellschaftlichen Aufstieg schaffen möchte, zu spielen. Ja, weißt du, was ich ja spannend an dem Film fand? Es gab ja so wenig sympathische Figuren eigentlich, ne? Also ich fand Adam Driver großartig. Aber er ist ja auch irgendwie eine komische Charakterfigur, oder? Nein. Man sieht, unsere Hörerinnen und Hörer merken schon, auch diesbezüglich kann man kontrovers diskutieren. Aber ich denke, der Film nimmt sich wirklich sehr viel Zeit, so eine Entwicklung einer scheiternden Ehe nachzuzeichnen und das vielleicht auch manchmal etwas sehr plattitüdenhaft, aber gleichzeitig mit großartigen Bildern und auch mit vielen kleinen und großen konstellierenden Faktoren, würde ich sagen, die wir in so vielen forensisch relevanten Geschichten antreffen. einer Portion Italianita. Und auch ganz interessant, mancher interessanter Blick auf die Schweiz. Auch das, ja. Und ich muss sagen, ich möchte auch mal im schwarzen Rollkragen Kaschmir Pullover im Schneefall und Abenddämmerung über den Gotthardpass auf einer Vespa fahren. Siehste. Also, House of Gucci im Kino. Vielen Dank, lieber Steffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.